Dieser Podcast ist eigentlich exklusiv für Patreon-Supporter der Premium-Stufe. Ausnahmsweise lade ich diesen Talk mal hier for free hoch, um euch einen Einblick in diese geile Reihe zu geben. Im Format der Wrestling Topic Talks spreche ich nämlich jede Woche mit einem Experten über ein bestimmtes Wrestling-Thema. Wir blicken dabei hinter die Kulissen von WWE und anderen Ligen und das in eurem Wochenend-Podcast in den Wrestling Topic Talks jeden Freitag. Wenn ihr da jeden Freitag exklusiv einschalten wollt, dann schaut bei Patreon vorbei. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß. Eines der zentralen Elemente beim Wrestling ist ganz, ganz offensichtlich die Musik. Heute geht es um Musik bei WWE, um Musik im Wrestling und ich habe mir einen Experten an die Seite geholt, um über dieses Thema zu reden. Sein Name ist Lev aka SmoothTube. Du bist auf YouTube als SmoothTube aktiv und Fan großer Wortspiele und vor allem die Stimme von Spotfight. Wer also unsere Spotfight-News-Videos guckt und am Anfang das Spotfight-Wir-Leben-Wrestling hört, der weiß ganz genau, welche Stimme uns jetzt erwartet. Und ich möchte dich einfach bitten, die Zuschauer mit einem schönen Spotfight-Wir-Leben-Wrestling zu begrüßen. Das ist wie der Typ mit der EA-Stimme, EA Sports in the Game. Das ist dein Trademark quasi. Spotfight-Wir-Leben-Wrestling. Alter, das war wie im Winter, crazy. Was geht ab? Wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag. Jonathan, mein Freund. Ja, ich bin sehr geehrt. Seit ich bei Spotfight bin, wollte ich immer mal in so einem Podcast von dir dabei sein. Und heute ist der Tag gekommen, ganz genau. Heute geht es um Musik bei WWE. Wieso kennst du dich denn mit Musik so gut aus? Was hast du denn für einen Background, was das angeht? Ja, also für die, die mich vielleicht nur durch Spotfight kennen und nicht meinen Haupt-YouTube-Kanal, SmoothTube, da mache ich so, ich sag mal, Musik-Reviews und Analysen. Und mein Background ist, ich bin seit 20 Jahren Schlagzeuger, da fing das Ganze an. Und seit 10, 15 Jahren so rum, aber jetzt 10 Jahre professionell halt in der Musik- und Marketingbranche dann unterwegs. Das heißt, ob es jetzt Bands sind, Live-Auftritte, ob das Produktion von Alben und so weiter und so fort. Ich bin Studioschlagzeuger, Live-Schlagzeuger, also quasi alles, was so in der Musikindustrie abgeht. Da bewege ich mich jetzt seit ungefähr 10 Jahren so, würde ich sagen, professionell drin. Und ja, deswegen denke ich mal, dass die Leute dann auch hier und da bei den Videos von mir irgendwann gesagt haben, ah, okay, ein bisschen Ahnung hat er schon, weil ich weiß, wie es ist, wenn man hinter dem Instrument als der Künstler sitzt, aber auch, wenn man hinter der Scheibe Regie, Aufnahmeleitung, Produktion sitzt. Und das ist halt, ja. Jetzt könnte man übrigens fragen, nein, ich habe darin keinen Erfolg, sonst würde man mich kennen. Das ist der Grund, warum ich 10 Jahre durch diesen Struggle da, also wenn du es als Schlagzeuger, ob gut oder nicht, nicht schaffst, wegen einer Band, wie auch immer, dann fängst du halt irgendwann an, hinter den Kulissen zu arbeiten. Ich glaube, das ist da im Journalismus oder so vielleicht auch ähnlich oder als Wrestler, keine Ahnung. Corey Graves, ist der, ist der Corey Graves als Wrestler, war der, oder? Der war Wrestler, ganz genau, und ist dann durch seine Verletzung, ist er dann quasi zwangsweise rausgegangen. Der wäre auch ein ganz großer geworden, glaube ich, und ist dann, ja, in den Kommentatorenbereich und hat da seinen Erfolg. Das ist auch crazy. Ja, das ist crazy, was du da also erzählst, was du schon alles gemacht hast, was du machst. Jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, bevor wir jetzt richtig ins Thema rein starten, kannst du singen? Kannst du richtig gut und charttauglich singen? Charttauglich nein, aber das ist auch eine Sache, die man wissen muss. Jeder kann singen, ob gut oder schlecht ist die Frage. Okay, pass auf, ich gebe für deine Abonnenten einen kleinen Funfact. Und zwar, ich habe ja, ich habe eine Schauspielschule besucht und als Aufnahmeprüfung musste man dort was singen. So, und ich habe dort gesungen, ich glaube nur aus dem Disney-Film war das. Aber ob das jetzt gut oder schlecht war, sei mal dahingestellt. Aber charttauglich kann ich nicht singen. Okay, diese Stimme, die du da hast, die ist ja auch viel gebraucht. Du bist ja auch zum Beispiel Synchronsprecher. Und was bei deinen Videos, finde ich, rauskommt, was auch der Grund ist, warum ich dich hier zu diesem Thema eingeladen habe, ist einfach diese Kompetenz, die du hast, wenn du über Musik redest. Auch diese Rap-Analysen, die du auf deinem Channel hast, da hast du einfach Plan von dem, was du redest. Und von daher, lass uns mal über die Musik bei WWE reden. Die ist ein zentraler Bestandteil. Wenn ich von einem Redakteurartikel über Wrestling rede, der ganz neu und zum ersten Mal zu einem Wrestling-Event geht, dann ist eines der Hauptthemen, über die er schreibt, die Musik. Das ist ganz, ganz klar und das ist auch so prägnant. Welche Wirkung hat Musik im Wrestling, beziehungsweise was will WWE überhaupt damit erreichen? Wieso hören wir sowas wie Wrestling-Theme-Songs? Genau das ist das, was du sagst. Das ist der große Unterschied oder das, worum es geht. Es sind Theme-Songs. Es sind keine Chart-Songs, wie auch immer. Es war ja damals, vor langer, langer Zeit so, dass dann noch eingekauft wurde. Dass dann die WWE von Bands richtige Songs eingekauft hat. CM Punk zum Beispiel, wie heißt die, 4 Colors oder irgendwas so in der Art. Das hat sich ja geändert. Und deswegen gibt es Theme-Songs, weil die einfach diese Connection zum Wrestler erschaffen. Ich zum Beispiel, wer meine Videos auf SmoothTube kennt, ich habe immer ein Seth Rollins-T-Shirt an. So. Einfach, weil ich bin ein die-hard Seth Rollins-Fan. So. Und das Ding ist, auf meinem iPod habe ich das Seth Rollins-Intro. Immer wenn der Typ reinkommt, siehst du, wie ich auch dieses, mir auf die Brust haue und die Arme nach oben, so diese typischen Moves. Und das ist einfach das Ding. Und das schaffst du, indem du Theme-Songs machst. Ja. Wie zum Beispiel, ich denke, die meisten werden das kennen von Serien. Simpsons, wie auch immer. Das sind die sogenannten Intros. Und die schaffen einfach diese noch krassere Zugehörigkeit zu einem Produkt. In dem Fall dem Wrestler. Und das ist mega clever, dass die das halt, ja, so auf diese Theme-Songs spezialisiert haben. Und nicht mehr nur dieses, oh, wir nehmen uns irgendeinen coolen Song, weißt du. Okay, du sprichst es diesen Unterschied an. Aber was ist denn der Unterschied von der coole Song, der vielleicht auch in den Charts läuft? Du hast gesagt, der Pop-Song zum Beispiel. Gegenüber vom Theme-Song, den wir im Wrestling sehen, zum Beispiel von Seth Rollins. Dieses Burn It Down. Ja, ein Pop-Song oder ein normaler Song hat normalerweise eine gewisse Songstruktur. Das Ding beginnt dann, du hast ein Intro, du hast eine Strophe, ein Refrain. Das wird dann meistens wiederholt. Also erste Strophe, Refrain, zweite Strophe, Refrain. Dann kommt eine Bridge, ungefähr das letzte Drittel, letzte Viertel. Und dann kommt nochmal der Refrain am Ende. Das ist eigentlich eine normale Song-Pop-Song-Struktur, wie man sie aus Charts, Metal, egal woher kennt. Theme-Songs sind insofern speziell, da sie den Weg zum Ring. Unterstreichen müssen. Zum Beispiel Finn Balor zum Beispiel. Bei ihm ist es wichtig, dass Finn Balor an gewissen Punkten diesen Signature-Move macht, wo das Publikum mitmacht. Das heißt, er muss eine gewisse Zeit haben, um am Anfang der Rampe diesen Move zu machen. Und dann, ihr kennt es alle, Finn-Balor-Intros sind unheimlich lang. Oh mein Gott, er braucht so ewig. The Miss hat das ja auch verarscht am Anfang. Das erste Mal gegen The Miss, wo The Miss fragte so, hallo, fünf Minuten Intro, was geht? Und Theme-Songs unterstreichen den Wrestler und den Auftritt des Wrestlers. Ich zum Beispiel feiere ja definitiv Seth Rollins. Wenn der Breakdown kommt, bam, und dann geht das los. Vor allem du als Schlagzeuger, was bei dem Song ja extrem erkannt ist, ist das Schlagzeug. Sind die Drums, dieses, ich weiß gar nicht, diese Triple-Bass oder was ist das? Keine Ahnung, ich bin kein Fachmann. Es ist eine Double-Bass. Du spielst quasi diese Bass-Drum, bumm, bumm, bumm. Du hast halt mit beiden Füßen spielst du, dumm, 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 dumm. Das ist für mich aus dem Metal-Bereich ist das natürlich, ich feiere das. Ich kann mir vorstellen, wie du dann da sitzt und das abfeierst. Hast du das selbst schon mal versucht zu coveren, wenn du das so feierst? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also ich habe so meine Let's-Play-Liste, wenn ich am Schlagzeug sitze. Das sind Kevin Owens, das Intro finde ich mega geil. Dann All-Time-Favorite Seth Rollins. Und an zweiter Stelle, das ist genau wie ich meine Wrestler mag, an erster Stelle Seth Rollins. Und an auch erster Stelle, aber eins dahinter ist AJ Styles. Okay, was ist an AJ Styles' Theme so nice? Was findest du da begeisternd, sag ich mal? Erstmal ist es interessant, dass das gar nicht für ihn geschrieben wurde. Also, das Theme von AJ Styles wurde eigentlich, ich will, da weiß ich jetzt nicht genau, das war für einen anderen Wrestler. Storm, oder? James Storm, genau. So? Der Cowboy von TNA, der dann zu NXT kam und dann quasi, der ist ja auch dieses Southern Wrestler-Ding und ich bin der Country-Typ und so. Und für den war das eigentlich geschrieben, aber der ist ja dann nicht zur WWE gekommen und dann hat er Styles bekommen. Eigentlich crazy, dass ein James Storm so einen guten Theme-Song bekommen hätte, wo einfache Welten zwischen Storm und Styles liegen, was jetzt nochmal die wrestlerische Klasse zum Beispiel angeht und auch das Gesamtpaket, aber das ist ein anderes Thema. Das ist, aber nee, das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist auch nur ein Punkt, da komme ich gleich zu, aber du hast recht. Ich dachte mir, AJ Styles, oh mein Gott, nicht nur der beste Wrestler der Welt, also auch wenn ich die-hard Seth Rollins-Fan bin, ist AJ Styles für mich der beste Wrestler auf diesem Planeten. Punkt, meiner Meinung. Ja, würde ich mit gehen. Auch da alleine über AJ Styles würde ich schon, wenn du einen Podcast über AJ Styles machst und warum er der beste ist, bin ich direkt dabei. Da denke ich mir so, oh mein Gott, aber dass der diesen Theme-Song bekommen hat, dachte ich mir, wie kann denn bitte einer der geilsten Wrestler der Welt auch noch so ein Ding bekommen? Und dass das dann eigentlich für einen Storm geschrieben wurde, war für mich so, also es war unfassbar. Der Theme-Song ist von vorne bis hinten perfekt. Wahnsinn. Und dann noch mit diesem Southern Boy, dieses Redneck-Ding, weil AJ Styles ist ja dieser so Steve-Austen-mäßige Pick-up-Truck und Biertrinker und so richtiger Südstaaten-Typ. Das Thema ist so krass und ich dachte am Anfang, DMX hätte den. Ich hab gedacht, die Stimme wäre von DMX. Klingt halt wie DMX, also der Rapper, aber ist er für mich nicht. Nee, das ist er nicht. Das ist von den Hauptverantwortlichen auch, die bei WWE die Theme-Songs machen. Bevor wir zu denen kommen, das ist natürlich auch noch ein großes Thema. Zusammengefasst, was ist jetzt wichtig für einen WWE-Theme-Song? Du sagst, es ist ein geiles Thema, dieses Southern-Ding, was wir festhalten können. Ein WWE-Theme-Song transportiert ein Thema, unterstützt den Charakter. Was ist jetzt zusammengefasst wichtig, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Wrestler da reinkommt und die WWE sagt, hey, wir brauchen einen neuen Song für den. Auf was achten die Musiker da? Was ist so das Ziel? Ich glaube, dass man wissen muss, dass der Theme-Song genauso stark sein kann wie ein Wrestler. Das heißt, ein schwacher Wrestler kann durch einen Theme-Song bekannt werden, siehe Bobby Roode. Ich sage nicht, dass Bobby Roode ein schlechter Wrestler ist, um Gottes Willen, aber sein Fame kam durch den Song. Der Song war größer als der Wrestler, ist er vielleicht heute noch. Jeder kannte Glorious und die haben alle mitgemacht und die Leute haben angefangen, den Charakter über das Theme zu feiern. Ich kannte das Thema, bevor ich den Wrestler kannte. Shinsuke Nakamura, dieses Ding einfach, dass die Leute mitsingen können. Bei hier, wie heißt sie? Becky Lynch. Da wird ja im Song Fangesang reingehauen. Die Fans machen das meistens nicht mit, aber du hörst dieses, wow, wow, wow. Deswegen ist es so, du hast bei AJ Styles einen Larger-than-Life-Wrestler und das Thema unterstützt diese Legende. Seth Rollins ist ein bekennender Parkway-Drive-Core-Metal-Fan und sein Intro unterstützt quasi seine persönliche Note. Auch er, Top-Wrestler, unterstützendes Intro. Und dann hast du allerdings Wrestler, wie schon gesagt, Bobby Roode zum Beispiel, da ist der Wrestler weniger erstmals das Intro und hat dann die Chance, sich dran zu machen. Das Intro ist so maßgeblich, also manche Intros werden auf den Charakter zugeschnitten und manche, da muss sich der Charakter dem Intro vielleicht erst anpassen. Kevin Owens ist vielleicht auch ein perfektes Intro. Dieses stacheldrahtige Price-Fighter-Ding mit diesen bösen Gitarren, du hast ein hartes Schlagzeug. Oder, ich sag mal so, ich glaube, da werden wir jetzt alle übereinstimmen, Brock Lesnar. Oh yes. Kein Intro hat diesen Gänsehaut, okay, jetzt ist es vorbei, wenn die Gitarre, dieser Effekt der Gitarre am Anfang, dieser Hall-Effekt, es braucht nur den. Und ich denke, alle sagen so, oh Kacke. Ja, das ist genau das, dieses Here Comes the Pain, war ja seine Catchphrase oder zumindest der Satz, um den er aufgebaut wurde. Und genau das transportiert dieser Theme-Song. Und ich finde, Brock Lesnar hat so einen der besten Theme-Songs auch aller Zeiten, allein wegen diesem Anfang. Und dann passt das zu 100% zu diesem Typen. Und deswegen hat man den nie ausgewechselt. In seiner ganzen WWE-Karriere hat er diesen Song. Und wünscht sich auch für seine MMA-Fights diesen Song. Aber ist dann trotzdem nicht drin. Aber großartig auf jeden Fall. Ja, also Bottom Line, was ist jetzt das Wichtige beim WWE-Theme-Song? Und das nochmal hier in einem Satz festzuhalten oder so? Also, entweder der Theme-Song unterstützt den Wrestler oder pusht den Wrestler. Zweitens, der Theme-Song unterstützt das Intro, also den Entrance vom Wrestler, vom Timing her. Und drittens, der Theme-Song setzt eine Art Grundtonus, Grundstimmung für den Wrestler. Also, diese drei Faktoren bilden das, was es ausmacht. Man kann es leider nicht voneinander trennen. Okay. Jetzt gehen wir schon in diese Charakterrichtung rein. Ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass der Theme-Song zum Charakter passt. Das haben wir jetzt angesprochen. Aber wie passt WWE genau die Musik an die Charaktere an? Also, siehst du da zum Beispiel einen Unterschied von Heel und Face? Also, auch musikalisch, denkst du, oder wie denkst du, bauen die da die Unterschiede ein und worauf achten sie? Tatsächlich. Also, nicht immer. Das Ding ist, man könnte sich ja die Frage stellen, warum gibt es nicht nur erfolgreiche, nur tolle Wrestler? Warum gibt es nicht quasi nur Leute, die die Roman Reigns-Standard haben? Das liegt daran, du entwickelst, haust raus und nennst du das, passt oder es floppt. So. Das Gleiche ist bei Theme-Songs. Nicht jeder Wrestler soll oder ist potenziell von Vince McMahon dafür gemacht worden, ein neuer Roman Reigns zu sein. Weißt du? Und deswegen hast du jemanden, zum Beispiel einen Curt Hawkins, der kein Star-Material ist. Und dem gibst du dann wahrscheinlich, also hier die CFO-Boys, die werden ganz viel produzieren und dann aus ihrer Library sich Dinge auswählen. Ein Curt Hawkins ist jetzt niemand, für den man extra Überstunden macht, um einen neuen Song zu machen. So, dann holt man was, was da ist. Wenn er sich dann beweist, dann kriegt er vielleicht was Neues. Aber das wird halt immer angepasst. Das ist tatsächlich dieses... Ja, WWE ist ja immer schon nach diesem Quartett-Prinzip gewesen. Ein AJ Styles bekommt etwas, das ihn als den Guten, den Legendären darstellt. Das verkörpert seinen Song. Seth Rollins hat sein typisches Metal-Ding bekommen, wie er auch bei NXT war. Und dann gibt es, Bobby Roode hat Glück. Bobby Roode hat genauso ein Glück gehabt, wie dieser Storm Glück gehabt hätte mit dem AJ Styles-Ding. Das wäre dann das 6M-Lotto. Roman Reigns zum Beispiel durfte das SHIELD-Intro behalten. Warum? Er ist der Top-Guy. SHIELD ist das erfolgreichste Trio aller Zeiten gewesen. Nichts war größer, krasser als SHIELD. Oh mein Gott, Hype. Er bekommt als der zukünftige Top-Guy das Intro. Also da siehst du schon die Entscheidungsmacht über das Ganze. Finde ich auch sehr interessant, wie man dieses Erfolgsding von The SHIELD, was dann schon zwei Jahre funktioniert hat, bis zum Split, als Seth Rollins hier den Stuhl ausgepackt hat. Als dieser Bruch kam, hat man ja die ganzen SHIELD-Elemente genommen und sie auf Roman Reigns gebracht, weil man wusste, das funktioniert. Und Dean Ambrose und Rollins haben dann neue Elemente gekriegt. Geht jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber wie siehst du da auch die Entwicklung bei Ambrose und Rollins? Weil die sind ja im Endeffekt aus The SHIELD auch rausgegangen, wo die WWE dann im Hinterkopf hatte, hey, okay, wir machen aus denen irgendwann große Stars und Top-Guys. Aber man hat das Risiko eingegangen, eben neue Charaktere so ein bisschen zu bringen, neue Catchphrases natürlich brauchst du auch. Und eben auch neue Theme-Songs. Denkst du, also Rollins hatte ja einen anderen Theme-Song, als er ihn jetzt hat, direkt zum Start seiner Laufbahn? Also, wie du schon gesagt hast, Roman Reigns durfte das SHIELD-Outfit behalten, das Tactical-Outfit. Er hat das Intro behalten. Er hat den Walk durch die Menge behalten, bis es dann irgendwann gefährlich wurde und man musste ihn vorne reinschicken. Die haben ihn zu dem SHIELD gemacht. War ein cleverer Move, ging jetzt nicht so auf. Dadurch war es aber so, dass Seth Rollins 2015 der größte, geilste Heel-Sorry aller Zeiten war. Nur CM Punk kommt an Seth Rollins als Heel ran. Das war einfach, er hat in einem sehr schwachen Jahr die WWE getragen. So, das war unfassbar. Und dann Dean Ambrose. Das ist bis heute mir unglaublich, wie Dean Ambrose es schafft, mit Nichts sagen, der redet relativ wenig. Er macht relativ wenig. Der hat nicht mal einen Entrance-Gang. Er läuft einfach nur so, der knetet seine Finger so, knick-knack, geht zum Ring. Und das hat er etabliert. Also mit wenig diesen, das zu erreichen. Es ist unfassbar. Also für mich war es gut, dass das SHIELD sich getrennt hat, weil so einfach Rollins und Ambrose die krassen geworden sind, die sie halt sind. Ambrose ist heute übrigens noch minimalistischer als damals. Ja, das stimmt. Als Heel auch. Es ist halt crazy, was der mit seinem Charisma allein erreicht. Unfassbar. Zurück zur Frage. Gibt es vielleicht auch, wenn man jetzt als WWE-Musiker, sag ich mal, wir kommen dann gleich noch zu den Musikern, die WWE da hat und was die da genau machen, wenn man da rangeht und sagt, hey, okay, wir haben jetzt zum Beispiel einen Heel-Charakter, gibt es da auch Unterschiede dann zum Beispiel zu einem Face-Charakter allein im Song-Aufbau oder sowas oder ist das dann schon zu übertrieben? Weil eine Becky Lynch zum Beispiel hat jetzt als Face diesen Song gehabt, hatte den auch als Heel. Sie hat ja bei NXT als Heel angefangen. Diese Fangesänge waren da drin, obwohl sie als, oder ist dann als Face weitergegangen. Und jetzt bei diesem Heel-Turn behält sie aber trotzdem diesen Theme, weil der so einprägsam ist und so weiter. Bei dem Beispiel zum Beispiel, das ist ganz, ganz anschaulich, dass ich da finde, dass eine Becky Lynch vielleicht sogar einen dunkleren Theme-Song gebrauchen könnte. Ich glaube, das liegt daran, dass Becky Lynch kein Heel-Charakter ist. Sie hat jetzt einen Heel-Turn, aber sie ist für mich kein Heel-Charakter. The Miz, Heel of Lifetime, Kevin Owens, geborener Heel. Dann hast du selten einen wie Seth Rollins, der Heel und Face so unfassbar sein kann. Becky Lynch ist für mich immer ein positiver Mensch gewesen. Ich glaube auch, dass sie irgendwann wieder Face turn. Deswegen wird meiner Meinung nach das Intro nicht geändert. Ein Beispiel war Ziggler. Zigglers Intro ist das Gleiche. Sie haben allerdings diesen Scratch reingemacht und das Böse. Da hast du gesehen, wie sie ein Intro von jemandem verändert haben, ohne das Intro komplett zu verändern. Sie haben einfach gesagt, keiner hat an mich geglaubt, also ist es gar nicht wert, dass ihr mein Intro bekommt. Ich mache diesen Scratch und gehe still zum Ring. Da siehst du, wie sie sich verändert haben. Ich glaube, Becky Lynch ist viel zu krass als Face angesehen. Okay. Wird nur eine Phase. Okay. Ansonsten im strukturellen Aufbau von irgendwelchen Songs, gibt es da noch große Unterschiede oder ist das da maßgeblich gleich? Oder vielleicht auch individuell? Ich glaube, dass die sich da nicht wirklich an Strukturen halten, sondern es wird von vornherein in der Aufbauphase bei NXT, geht das ja schon los, dass ein dieser Entrance also das Development. Und da stellt sich dann schon heraus, wie geht zukünftig der Charakter zum Ring? Was sind so deine Stärken? Ein, ich habe den Namen jetzt, das darf mir nicht passieren, hier, Shinsuke Nakamura, genau, dass der dieses Künstlerding bekommen hat mit diesen Geigen und so weiter. Das ist ja quasi, er ist die Artist, dann wird es auf ihn zugeschnitten, ich weiß nicht, wie sein Ring-Entrance damals war, und dann baut er sich was rein. Aber das geht schon im Development los, dass das angepasst wird. Da bin ich fest der Überzeugung, dass die CFO-Jungs nicht einfach wahllos rausproduzieren, sondern das macht einen guten Musiker aus. Profis, die produzieren für andere, die schaffen es auf den Star, die Musik zu packen. Kommt jetzt ein bisschen ab davon, aber Sia, die bekannte Welt, der Weltstar Sia, hat ja für große Stars, Welt-Hits geschrieben. Und das macht einen guten Songwriter aus, dass du sagst, ich mache einen Song, und ich weiß dann aber auch, wer diesen Song verkörpern soll. Okay, bevor wir gleich zu der Rolle von CFO oder CFOs, keine Ahnung, da gibt es verschiedene Art und Weisen, die zu nennen. Sie nennen sich, glaube ich, CFOs, wie auch immer. Gab es auch übrigens mal in der News-Ausgabe, glaube ich, hast du gesagt, CFOs, und da habe ich mir so gedacht, hä, die heißen doch CFO, und da habe ich dir geschrieben, hä, heißen die nicht CFO, und du dann, ja, aber in Interview haben sie sich CFOs genannt, wie auch immer man sie nennen will. Ja, stimmt. Allgemein jetzt, zur Arbeit von CFOs, erst mal, was macht CFOs bei WWE, nennen sie jetzt einfach mal so, wie sie sich in diesem Interview da genannt haben, was machen die? Naja, das ist ja, die sind ja, die machen die Entrance-Musik, das ist deren Job. Sind sie die einzigen bei WWE, die das machen, oder gibt es da noch mehr? Nee, das sind, die beiden müssten das sein, das liegt aber daran, dass er irgendwie rechtliche Gründe hatte das, soweit ich das weiß, weil, genau wie du mal gesagt hast, jemand verlässt, also Brock Lesnar verlässt die WWE, geht zur UFC, und wenn da nicht klar ist, dass der Song zur WWE gehört, gibt es Probleme. Und somit hat man sich einfach ein hausinternes Produzenten-Duo genommen, und damit ist die Sache klar. Unser Song, Rechte geklärt, und das sind John und Michael, die sind ja, die bilden CFOs, heute, ich habe es auch nicht, CFOs, ich glaube auch CFOs, hast du recht. Und die machen das halt, das ist glaube ich, deren Ding, das sind die Hauskomponisten. Genau. Ich weiß ja, die machen auch noch andere Sachen, also jetzt fällt dir noch ein bisschen mehr an. Also auf ihr, im Internet steht wohl, dass die hauptsächlich bei WWE sind, auch ein paar andere Sachen noch machen, aber sie sind ja quasi diejenigen, die mittlerweile seit Raw 1000 tatsächlich, also 2012, die, also quasi WWE musikalisch unterstützen. So. Und nicht nur unterstützen, sie sind WWE im Musikbereich eigentlich. Alles, was bei WWE ist, kommt von denen, und das ist natürlich auch logisch und sehr, sehr strategisch schlau umgesetzt, wenn du dir das anschaust, bei zum Beispiel deutschen Wrestling Promotions. Da gibt es ganz oft das Problem, die haben Theme Songs für ihre Wrestler, aber diese Theme Songs, die sie live ausstrahlen und live einspielen, können sie in ihren Übertragungen dann nicht zeigen, weil sie zum Beispiel daran dann nicht die Rechte haben. Das heißt, sie stehen vorm Zwiespalt, entweder zu sagen, okay, wir nehmen irgendwelche royalty-free Sachen, die sowieso die Leute auf die Rechte verzichten, die das irgendwie komponieren oder produzieren. Oder wir bleiben halt bei diesen Songs, die wir benutzen, können sie dann aber in der Übertragung und im Stream oder sowas nicht zeigen. Und das ist natürlich bitter. Und WWE ist natürlich darauf angewiesen, diese Trademark-Musik auch zu kreieren und die dann überall auch zu zeigen, weil es halt eine absolute Unterstützung der Charaktere ist. Und deswegen hat da WWE sehr, sehr lange drauf gesetzt. Davor war zum Beispiel Jim Johnson ein großer Name, der da verantwortlich war und C-Force quasi ab Raw 1000, dann auch mit Tonight is the Night, dieser klassische Raw-Song, vielleicht sagt der vielen von euch noch was, ich glaube schon. Und dann halt jeder Theme-Song irgendwie der neue reinkam. Also es ist crazy, was die für eine Arbeit machen. Und was ich halt auch beeindruckend finde, das sind zwei Typen, die es aber auf eine Art und Weise schaffen, für jeden passend einen Song zu kreieren. Für den manchen mehr passend, aber für den anderen weniger passend. Ich finde aber, also von C-Force kommt doch ganz selten was, wo du sagst, ey, das passt jetzt musikalisch überhaupt nicht zusammen zwischen Superstar und Musik. Und das ist doch eine unglaublich beeindruckende Leistung. Also was du eben gesagt hast, das ist übrigens ein wichtiger Aspekt, das Thema mit dem Urheberrecht. Deswegen gibt es ja auch die WWE Music Group. Das heißt, du machst ein eigenes Label, damit den Vertrieb. Und das Problem ist folgendes. Du hast einen Song, der innerhalb deines Landes gewisse Strukturen, also ein Urheberrecht. Das Problem ist dann, sobald du über die Landesgrenzen hinausgehst, wird es anders. Soll heißen, in Deutschland machst du einen Theme-Song und den kannst du in Deutschland zwar sichern, aber wenn du den nach Amerika bringst, muss in Amerika, ein amerikanischer Vertrieb dort vor Ort, auch für dich, wie auch immer, das Ganze neu regeln. Also hat WWE das clever gemacht. Wir stellen die Produzenten an, wir haben ein eigenes Label, den eigenen Vertrieb, alles in Eigenregie und somit gar keine Probleme. Die deutschen Wrestler, wir haben, ich glaube hier, das ist Martin Guerrero, dein, ist das dein YouTube-Kontrahent? Keine Ahnung. Kollege er. Kollege, ist eure Fede, läuft die noch? Nein, Spaß. Aber der Wrestler. Es gab nie eine Fede. Ja, ich weiß, ich möchte das hier offen sagen, ich habe das, das war jetzt nur ein Spaß. Ich weiß nur, dass es da noch ein... Ey, die Gerüchte, die kommen schon wieder auf Twitter, schreiben mich da Leute an. Wieso hast du Martin? Nein, 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 um Gottes Willen. Übrigens, da muss man da fairerweise sagen, also da gibt es wirklich kein Beef. Ich habe ja, ich bin ja, kenne mich nicht so aus in dieser Wrestling-Youtuber-Szene, aber ich kann definitiv sagen, da gibt es hart kein Beef. Also zumindest von unserer Seite aus. Gut, Spaß ist beiseite. Aber ich weiß, dass Martin wrestlet. So. Ich habe mal ein Video gesehen, wo er als Entrance-Musik das Dragonball-Intro hatte. Weil das irgendwie so sein Stick ist, würde Paul Heyman sagen. Und da siehst du ja schon, dass das ein Problem wird. So. Man ist geschützt, kriegst du überall gesperrt so ein Problem. Und da ist die WWE halt clever gemacht. Oder hat sie die WWE clever gemacht. Aber du siehst, was das für ein gigantischer Apparat ist. Du musst tatsächlich ein ganzes Label plus Vertrieb plus hier die beiden Genies von den CIFOS musst du engagieren. Und keine Ahnung, ich hoffe, die kriegen Millionen von Gagen, weil die beiden sind, in meiner Meinung nach, sind die Genies. Wie du schon sagst, die hauen nichts Schlechtes raus. Mir fällt kein schlechter Theme-Song ein. Außer den von, ich mag den von Rusefs Frau von Lana. Finde ich ein bisschen nervig, aber gut. Ich weiß jetzt gar nicht so aus dem Kopf, was der Theme von Lana ist. Ach, das ist dieses Diebenhafte, ne? Dieser Diva-Theme. Das ist so ein Saxophon. So ein... Ja. Geil. Ja, du sprichst es an, die WWE Music Group. Ich hab's jetzt hier auch noch mal ein bisschen gegoogelt. Parallel. 2003 wurde die gegründet. Ja, einfach um da die rechtliche Absicherung zu haben. Und WWE ist da ja auch also sowas von gigantisch und großartig aufgestellt. Also je mehr man da einsteigt, je mehr man auch bei WWE hinter die Kulissen guckt, checkt man einfach, wie krass diese Strukturen sind und wie heftig natürlich dann auch das Talent von diesen beiden Typen von CFOS ist. Wie machen die das, Lev? Ist das einfach nur Talent? Haben die irgendwie einen Musik-Background? Bist du da näher informiert? Hast du einen Plan? Übrigens, du hast eine Sache, würde ich gerne noch sagen. Vielleicht ist das vielen nicht aufgefallen, weil wir haben jetzt geklärt, dass CFOS für WWE intern den ganzen Kram machen. Aber es gibt eine Ausnahme und das sind die Pay-Per-Views. Weil die WWE für Pay-Per-Views sich externe Songs einkauft. Machine Gun Kelly, Flowrider und so weiter. Das ist ein weiterer Geniestreich von der WWE. Du ziehst für Pay-Per-Views, wo es noch mehr um Ticketverkäufe und Prestige geht, ziehst du noch mehr Leute, indem du Deals mit großen Stars abziehst. Du brauchst Live-Events, Quatsch, also so Live-Performances. Flowrider sehr gerne gesehen, Snoop Dogg, Die Hard WWE-Fan, Machine Gun Kelly, der ja, geile Sache von Kevin Owens, damals durch den Tisch gebrettert wurde. Und das haben die clever gemacht, zu sagen, das ist der einzige, weil es temporär ist, dann machen wir Deals mit großen Künstlern. Da verdienen alle dran. Also Wahnsinn. Wollte ich nur noch mal... Genau, also dieses Pay-Per-View-Ding dann mit diesen klassischen Theme-Songs für die Pay-Per-Views. Also da werden dann für Promopakete und für das Ganze drumherum, also da brauchst du ja ganz, ganz viel musikalische Untermalung auch, wenn zum Beispiel in der Pause ein Song läuft oder sowas. Da holt sich WWE dann von außen wegen diesen Öffentlichkeitsarbeitsmäßigen oder was heißt Öffentlichkeitsarbeit, die, ich suche gerade das Wort, also für die öffentliche Darstellung, diese Kooperationen, Kooperationen, wo alle Seiten von profitieren. Ja, definitiv. Das ist klassisch, klassische, klassisches Marketing, sich da Leute reinzuholen. Es hat auch mal funktioniert. Außer, das habe ich dir auch im Vertrauen ja mal hier per WhatsApp gesagt, dass Evolution, das Anfangsding, diese Anfangsband von Evolution fand ich ja grausam. Aber gut, das führt jetzt hier zu, ich weiß nicht, wer die waren, aber die fand ich ganz, ganz schlimm. Aber gut, das war halt nicht die Frage. Tut mir leid, ich bin abgekommen. Also du hast gefragt, ob das Geniestreich ist. Es ist tatsächlich so, dass Produzent sein ist Genie. Jeder kann produzieren, Punkt. Mach dir ein Programm drauf, zieh dir eine Bassdrum, Instrument und so weiter rein, aber was die machen, sie komponieren. Und das ist einfach, keine Ahnung, warum schafft es ein Dieter Bohlen, wie er Bock hat, goldene Schallplatten zu sammeln. Der Mann kann ja, weißt du, das ist, irgendwann ist es kein Glück mehr, sondern die wissen, wie das funktioniert. Und man kann Musik tatsächlich erlernen und es gibt einfach Genies, die können es noch besser. Warum zum Beispiel ist jeder einzelne Disney-Song eine Art Welthit? Weil Disney eine Art Formel hat, wie gute Musik funktioniert, die die Menschen anspricht. Und das Gleiche können die Jungs von C4 halt auch. Die sind einfach in dieser Materie drin, die machen nebenbei noch ihren eigenen Kram, aber die haben das einfach verstanden. Die schaffen es, Musik zu Figuren, zu Comicfiguren zu machen. Und das ist einfach Wahnsinn. Würde es heute noch Jingles geben, es gibt ja keine Jingles mehr. Keine Ahnung, wie alt die Zuschauer hier sind. Aber damals gab es in der Werbung noch eigene komponierte Werbesongs. Rügenwalder Mühlen, Fertz, Lebe. So, das gibt es heute nicht mehr. Ja, Jingles ist auch wieder so eine Sache, ist viel zu teuer für viele, bla bla. Aber was die machen, die machen Jingles für Wrestler. Die würden heute in der Werbung, würden die noch mehr Knete verdienen. Das ist Wahnsinn. Was genau meinst du jetzt mit den Jingles für die Wrestler? Und zwar, Jingles sind nichts anderes als, also ein Theme-Song und ein Jingle sind fast das gleiche. Ein Jingle bezieht sich auf ein Produkt. Der Theme-Song auch. So gesehen. Die Theme-Songs sind so gesehen auch Intros, weil die Wrestler, also die ganzen Bezeichnungen, wie auch immer. Du hast ein Produkt und dazu eine bezeichnende, charakterisierende Musik. Und das sind so gesehen Jingles, was sie machen. Die beiden könnten jetzt in der Werbung, also ich gehe zu CIFOS und sage, Leute, ich habe hier eine neue Cornflakes-Marke. Macht mal was. Und dann schaffen die es, auf meine Cornflakes eine geile Musik zu machen, dass du bei der Musik an meine Cornflakes denkst. Jetzt ersetze Cornflakes durch AJ Styles und den Jingle durch ein Theme. Es ist genau das Gleiche. Ja, aber also, ich check's immer noch nicht so ganz. Wie schaffen es diese beiden Typen? Also, das kann doch nicht nur, okay, wir sind Genies und wir haben Talent dafür sein. Das, also, das kann doch nicht sein, dass die eine kreative Glückssträhne haben seit 2012 bei WWE. Sechs Jahre, die die da angestellt sind und übrigens massenhaft Geld verdienen damit, weil die einfach die WWE-Musik sind. Das ist doch, das ist doch crazy. Zwei Typen. Das kann doch nicht wahr sein. Wie funktioniert sowas? Also, man kann ja sagen, dass sie an erster Stelle gute Musikproduzenten sind. Das ist, das ist machbar. Ja? Gute Musikproduzenten. Was dann passiert ist, dass die Musik, die sie produzieren, weil sie gut sind, perfekt auf die einzelnen Wrestler gepickt wird. Ich meine, nimm's mir nicht übel, aber jetzt nimm ein Intro von einem Kevin Owens und pack das auf einen Curt Hawkins drauf. Ob man das so feiern würde, weiß ich nicht, weil die Kombination macht's. Kein Schwanz hätte einen Storm wahrscheinlich mit diesem Intro so gefeiert, wie heute ein AJ Styles. Hm. Ja. Interessant. Ey, jetzt schließt sich der Kreislauf. Nimm Roman Reigns. Roman Reigns mit Shield und oh mein Gott, der, der, also das war ja so die Crème de la Crème, dies, das. Du hast aber das Shield, die Marke das Shield von Reigns abgekoppelt, obwohl sie noch an ihn gekoppelt war. Also, du weißt, was ich meine, ohne Ambrose und Rollins und du siehst, dass es dann wieder nicht funktioniert hat. Das, das spielt denen quasi in die, in die Karten rein. Sie haben ein gutes Produkt, das am Ende sehr gut mit den Wrestlern zusammengebracht wird. Warum wurde zum Beispiel das Bobby Root Intro Thema, warum für den? Warum nicht für einen, für einen A-Class-Typen, weiß ich nicht, also Bobby Root wäre jetzt für mich nie eine Nummer 1-Pick gewesen. Kleiner Funfact, das Bobby Root Theme war eigentlich auch für jemand anderen produziert. So siehst du, Punkt da. Rate mal für wen, er ist aktuell im Hauptroster von WWE. Ah, warte, äh, Glorious, wer könnte das sein? Wer könnte, jetzt kommt, jetzt kommt bei Raw oder SmackDown? Ähm, SmackDown, wo ist er denn? Bei SmackDown, ja. Ich wusste es, ich wusste es, es ist einer von SmackDown. Ich kann leider jetzt nicht so schnell die Namen abspulen, weil ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit. Du wirst wohl auch wahrscheinlich nicht drauf kommen, es ist Shinsuke Nakamura tatsächlich. Nein. Doch. Crazy, oder? Von der Episness, wenn ich das mal so nennen darf, ja, absolut, aber krass. Ja. Aber du siehst, es hätte nicht gepasst. Du nimmst Bobby Roode, packst ihn Ric Flair mäßig in die Robe rein und es passt wie die Faust aufs Auge, bombastisch. Aber jetzt stell dir den Entrance von Shinsuke Nakamura damit vor. Gar nicht. Ich finde, das kämpft überhaupt nicht. Aber dann wäre es doch zum Beispiel wahrscheinlich so gewesen, dass wenn man das wirklich so umgesetzt hätte, dass ein Shinsuke Nakamura diesen Song bekommen hätte, dieses Glorious, dass dadurch sein Charakter und auch sein Auftreten jetzt komplett, oder was heißt komplett, aber schon auf jeden Fall grundlegend anders wäre, oder? Ja, ja klar. Das sehe ich auch so. Also stellen wir Ihnen gerade vor, wie er jetzt ist mit dem Intro. Aber das ist ja, jemand muss die Entscheidung getroffen haben. Und jemand muss gesagt haben, ich glaube nicht, dass es Vince immer ist, aber jemand muss genau das gesehen haben. und entschieden haben, nee, nee, das funktioniert nicht. Gut gedacht, aber es funktioniert nicht. Und deswegen kommen wir wieder zu dem, was ich sagte. Sie schaffen es, also Bobby Roode Intro, Shinsuke Nakamura, beides geile Songs, also geile Komponisten, aber dann kommt dieses Marketing, da ist jemand, der entscheidet, nee, 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 das passt nicht, das passt nicht zu diesem Produkt. Hm. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ich bin jetzt auch nicht genauestens informiert, wieso das nicht umgesetzt wurde, weil es auch widersprüchliche Aussagen gibt, diesbezüglich, aber ein absolut krasser Funfact, wo wir gerade bei Shinsuke Nakamura sind. Wie findest du die Musik, die er aktuell hat? Er hat ja diesen Heel Turn gehabt und hatte vorher dieses, dieses klassische Nakamura Theme. Jetzt hat man für seinen Heel Turn ja auch was sehr, sehr Interessantes gemacht, finde ich. Man hat japanische Rapper genommen und die quasi dieses dunkle, diesen dunklen Rap darüber bringen lassen, eine E-Gitarre rein, statt dem, was davor war und damit einfach dem ganzen Song ein bisschen was Dunkleres, ein bisschen was Heeligeres gegeben. Das fand ich zum Beispiel eine extrem starke Änderung beim Nakamura Theme Song, der so ein bisschen dieses Mitsummen von seinem Theme Song auch kaputt macht natürlich, was genial ist für einen Heel. Also das fand ich sehr, sehr stark. Ja, da muss man dazu wissen, dass Vince McMahon Wert darauf legt, dass seine Topstars perfekt Englisch können. Das ist der Grund, warum ja Asuka abserviert wurde, in dem Sinne. Das ist auch das Problem, warum Becky Lynch eine lange Zeit nicht mehr durfte. Einfach nur, das ist, oder Cesaro, der All-Time-Worker. Du musst einfach die Brand repräsentieren, so wie Roman Reigns. Groß, gut aussehen, breiter Typ, Superhelden-Format, leider scheißer Mikro, jahrelang gewesen. Entschuldigung. Aber das muss das Thema halt unterstützen. Bei Shinsuke war das Ding, er hatte diesen unfassbaren Hype, er hatte dieses unfassbare Intro, aber sobald du ihm einen Titel gibst und er fängt dann an mit dem gestotterten Englisch, No Hate, aber es ist leider so, hast du irgendwann gemerkt, dass du ihn nicht als Face, der Brand repräsentieren kannst. Trotzdem ist er gut, also machst du ihn zum Heal. Ein Heal darf machen, was er will. Und das meine ich, Becky Lynch bekommt kein neues Thema, weil sie für Vince ein Face ist. Shinsuke Nakamura hat als Face nicht gepasst. Ergo wird er zum Heal gemacht und kriegt ein neues Intro. Und ich glaube schon, dass Vince dahinter steckt, weil wir erinnern uns an Seth Rollins' Burn It Down. Das geht auf Vince McMahon zurück, dieser Filler, weißt du? Ja, ist das so? Das wusste ich gar nicht. Vince McMahon meinte zu Seth Rollins, du Seth, mich stört diese Pause nach dem Beatdown. Das geht nicht. Und dann meinte Seth zu ihm so, Vince, drei Jahre lang hat es dich nicht gestört. Warum kommst du jetzt damit? Und dann meinte er, na, da muss irgendwas rein. Und dann haben sie ihm verschiedene Sachen zur Auswahl gegeben. Und das Burn It Down war dann von allen das am wenigsten schlechte. Da kam, da kam, ich war, was war denn das? Diese ganze awkward WWE-Catchphrase ist bestimmt, ey. Ja, ja, da gab's, es gibt doch diesen Seth Rollins in Toxic Grün. Hast du's mal gesehen? Ja, ja. So dieses Bild, was da kursiert. Und dazu gab's irgendwie einen Spruch, der war so cringe, das war so peinlich. Und dann wurde sich halt auf Burn It Down wegen dieser Videospiel-Ausgabe geeinigt. Wie heißt das hier? geeinigt. Und dass das so gut ankommt, hätte keiner denken können. Ich fand's damals kacke, ich find's auch heute noch kacke. Also nicht, weil's kacke klingt, sondern ich mochte einfach dieses Weißt du? Als alles, das ist mein Moment gewesen. Aber Vince hat da seine Finger im Spiel. Und ich bin auch sicher, dass er das bei Schinske gemacht hat. Ja, das sehr, sehr, sehr interessant auf jeden Fall, diese Hintergründe mal zu erfahren. Du hast da auf jeden Fall auch crazy Informationen, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber das zeigt übrigens auch, dass bei Dolph Ziggler ein Problem besteht, weil Dolph Ziggler musste sich verändern. Das Problem ist nur, er bekommt keinen neuen Theme-Song, er bekommt lediglich dieses Weißt du, wie heißt der so? Ich bin der motzige Ziggler. Da ändert sich das. Es ist immer noch der gleiche Ziggler, der halt manchmal ein bisschen böser ist, aber ansonsten immer noch der gleiche Spaghetti-Hartyp und ich mag Ziggler, wirklich. Aber du siehst, ja. Bei Ziggler ist halt auch der Faktor mit dabei, Gesundheit. Bei Ziggler ist die Sache, er war ja hier zu seiner Anfangszeit und das war ja perfekt, also er war dieser schnöselige, arrogante Show-off, einfach Show-off dieser Angebertyp und dieses Bring it on und dieses, alles was er in seinem Theme-Song hatte, dieses Here to show the world, also ich geb hier einfach mal an, war ja trotzdem grundlegend arrogant, auch wenn er Face war. Er war trotzdem, obwohl er Face war, so ein bisschen in dieses arrogante Charakterliche rein und deswegen ist eigentlich der Song, den er als Face hatte, schon so ein bisschen hier gekennzeichnet gewesen und deswegen muss man auch, glaube ich, bei Ziggler gar nicht viel ändern. Das ist ein klasse Song, der super zum Mitsingen ist und so weiter, es ist richtig, richtig geil und was du halt änderst, ist dieses Anfangsding, was auch ein absolut charakteristischer Punkt natürlich für den Theme-Song ist und auch für den Rester, der dann da rauskommt, aber sonst brauchst du da ja nicht viel ändern, weil es ja sowieso auch vom Text her und so absolut healig ist. Das hast du richtig gedacht, genau, am Anfang wurde schon sein Weg geebnet, nur dann wurde Ziggler irgendwann zum Soul Survivor. Wir erinnern uns hier, was war hier mit der Authority, und das ist dann quasi, wo Ziggler diesen Hype bekommen hat, den Soul Survivor, den hat er Show-Off, aber das Problem ist, dass Ziggler nun ja nachweislich, oder wir wissen es alle, seit Jahren in so einer Krise steckt, dass er einfach kaum nach oben kommt, jetzt diesen Push wieder bekommen hat, okay, aber auch das geht wieder runter, Drew McIntyre wird der nächste Shit sein und ich will eigentlich dann nichts zu Ziggler damit sagen, sondern du siehst, Shinsuke Nakamura, dass das geändert wird, ist eine große Sache, das heißt, jetzt siehst du den zukünftigen Shinsuke Nakamura, wie er erstmal eine lange, lange Zeit wahrscheinlich so vor sich hin dümpeln wird, oder wie er laufen gelassen wird, Vince hat schon ganz klare Vorstellungen, Ziggler ist Ziggler, da wird nichts verändert, er bleibt immer gleich, er hat dieses Brad the Hitman hart mäßige Outfit, er hat immer noch die blondierten Haare, es ist einfach der Ziggler, der ist so etabliert, den zu ändern, das geht nicht mehr, weißt du, du kannst ihn aber auch nicht einfach liegen lassen, dafür ist er zu gut. Ja, also über Dorf Ziggler könntest du auch einen eigenen Podcast machen und ich finde es interessant, wie auch natürlich die Karriere dann damit reinspielt und ich finde, an dem Punkt ist auch schon eine Becky Lynch so ein bisschen angekommen, die halt jetzt sehr, die einfach diese Connection mit diesem, mit diesem Theme Song hat und deswegen bleibt das halt auf die Art und Weise ausgerichtet. Yes, und darum geht es im Endeffekt. Lass uns nochmal kurz auf C4s zurückkommen, wir reden wirklich länger über dieses Thema, als ich es gedacht habe, aber es ist mega interessant, weil es gibt hier noch einen Aspekt, den ich echt beeindruckend finde, C4s machen diese Songs und sie bringen es immer auf den Punkt, würde ich fast behaupten, schaffen es auf eine Art und Weise, das zu produzieren, dass es zu diesen Superstars passt. Fände ich mal interessant, wirklich herauszufinden, wie die da auch rangehen. Also, ich weiß nicht, ob du da nähere Informationen hast, aber wie würdest du denn jetzt Schritt für Schritt da rangehen im Produktionsprozess, wenn Vince McMahon zu dir kommt oder Triple H zu dir kommt und sagt, hey, wir haben einen neuen NXT Superstar. Das ist der und der Typ, der war vorher schon Independent Dresser und hatte da den Themesong, wir wollen charakterlich in die Richtung gehen, dass der der krasse Zerstörer wird, so ein bisschen Kevin Owens mäßig. Wie würde man dann als C4s-Mitglied da quasi rangehen oder ich weiß nicht, ob du da genauere Informationen hast, ansonsten, wie würdest du da rangehen? Also, es gibt übrigens, für die, die es interessiert, auf YouTube ein Video, wo man C4s so ein bisschen über die Schulter schauen kann. Das ist so, und zwar ich, mit einem Kumpel zusammen schreibe ich Songs, Achtung, für Schlager, Leute. Kein Scheiß. Ich mag Schlager nicht, ich habe Schlager nie gemocht und so weiter und so fort, sondern es geht darum, du kriegst einen Auftrag, Schlager, für eine gewisse Person. Das heißt, du musst dir überlegen, es ist jetzt ein doofes Beispiel, eine Helene Fischer klingt anders als eine Maite Kelly. Höre ich die beiden? Nein. Mag ich Schlager? Nein. Aber wir reden hier von einem Business und dann weiß man genau, was heißt genau, das ist schon schwierig. Also, du weißt, eine Maite Kelly hat gewisse Eigenschaften, die hat einen gewissen Stil und eine Helene Fischer eher was anderes. Verstehst du? Und demnach machst du dann die Musik. Da ist es zum Beispiel so, du hast einen Kevin Owens, der hat zum Beispiel, du guckst dir den Wrestler an, er hat einen Bauch, ist ein harter Typ, Pricefighter, Gitarre, passt. Du bringst bei einem Shinsuke Nakamura, der der Künstler ist, eine Geige mit rein, Violinen. Hat zum Beispiel nichts bei einem Kevin Owens zu suchen. Das kann man schwer beschreiben. Du kriegst einen Auftrag und ab dann wird die Musik tatsächlich developed, entwickelt. Und auch da ist es so, dass Sifos genauso viel, ich sag mal, Müll produzieren, bis dann dieses perfekte Endergebnis rauskommt. Die machen den ersten Entwurf, der geht zu Vince, wahrscheinlich, denke ich mal. Der sagt dann, geht mir nicht so gut, dies, das. Und dann wird umgeändert. Da wird eine Gitarre gegen einen Streicher ausgetauscht. Dann wird das, die Drums werden härter gemacht. Also, da ist ja schon eine harte Entwicklung. Ich glaube, da darf man nicht denken, dass die morgens ins Büro gehen, fünf Minuten aufnehmen, haha, geil, perfekt, sondern es ist ein harter Prozess. Und das wird dann mit Vince und seiner übertriebenen Vision einfach abgestimmt. Oder eher mit Triple H, glaube ich, oder mit jemandem, der da verantwortlich ist, weil Vince halt, glaube ich, in sein Schedule auch das nicht reinkriegt, aber haben da ja richtig fähige Leute auch. Und da wird dann halt quasi gesagt, Kevin Owens ist, finde ich, da sehr bezeichnend, dieses Team auf ihn passt einfach. Es ändert so diese Stacheldrahtige. Kommt da, es ist hart, es ist, passt perfekt, so. Und da wird dann sich abgesprochen. Was jetzt leichter klingt, als es ist. Das ist wirklich, also dafür haben die Jungs jeden Cent verdient. Das ist Wahnsinn. Und das wissen die wenigsten, auch auf Smoothie weiß das halt kaum jemand, dass ich selber halt auch für Leute Musik produziere oder auch Bands aufnehme. das ist, das ist, das machst du jahrelang und im besten Fall schaffst du es, so eine Art Gespür zu entwickeln für einzelne Künstler. Kann man schwer beschreiben. Das ist dann dieser Kunstaspekt, weißt du. Und das ist halt die Schwierigkeit, ne, dass Cephas da regelmäßig neue Leute reinkriegt oder auch WWE konstant neue Leute verpflichtet und die treten ja dann schon bei Live-Events, obwohl sie überhaupt nicht dann in TV kommen zum Beispiel, bei Live-Events von NXT treten die mit einem Theme-Song auf. Da muss ja auf jeden Fall musikalisch irgendwas da sein. Da haben die sicherlich auch irgendwie einen Pool an Sachen, die sie da verwenden können, die jetzt noch nicht hundertprozentig passen, ganz klar, sonst kommen die ja auch gar nicht mehr aus dem Musikstudio raus, die armen zwei Typen da. Aber ne, es ist ein extremer Aufwand, den sie haben. Ich glaube auch, dass wenn da zum Beispiel jemand aus dem Independent-Bereich kommt, dass man da halt nochmal einen viel größeren Bonus schon mal hat, weil man einfach schauen kann, okay, wie hat er sich im Independent-Bereich präsentiert, wie hat er sich beim Entrance-Verhalten und so weiter und das wird ja auch oft in die WWE übernommen, weil ich glaube, allein nach einer Idee von einem Charakter einen Song zu entwickeln, ist schwerer, als vielleicht schon mal einen Einzug aus dem Independent-Bereich mit einer anderen Musik gesehen zu haben und dann zu sagen, okay, so und so gehe ich da ran und das ist der Typ, diese Moves macht er vielleicht auch. Also ich glaube, je mehr du über den Rester logischerweise weißt, desto einfacher fällt es dir, aber diese hohe Frequenz an Rester in die reinkommen und an Theme-Songs, die du produzieren musst, das ist halt mir immer noch ein absolutes Rätsel, wie die auf eine Art und Weise da so konstant deliveren können, weil Kreativität ja auch irgendwann, zumindest bei mir, ein Ende findet und ich eine Pause brauche, eine kreative Pause, weil sich das irgendwann leerläuft, aber das scheint ja bei denen nicht so zu sein. Na, die inspirieren sich halt aus ganz vielen Bereichen, das kannst du nicht machen, wenn du nur einen Bereich hast. Also wie du schon sagst, es gibt verschiedene Stadien bei C4, das heißt, einmal Auftragsarbeiten, yo Leute, wir haben hier einen Roman Reigns, wir wissen jetzt schon in NXT, dass das der zukünftige Superstar wird, macht was für den. Dann kommen Tage, wo es heißt, Leute, wir haben gerade keine neuen Talente, macht mal euer Standardding. Dann werden die da sitzen, sich inspirieren lassen und schlichtweg Musik produzieren, weißt du? Wie jeder andere Produzent auch. Kreuz und quer, Klassik, Hip-Hop, Rap, Metal, dies, das. Dann hast du, um diesen Pool weiter zu füttern und dann gibt es halt Auftragsarbeiten wie, Leute, wir haben hier jemanden wie Seth Rollins, der hat diesen Metal-Kram in NXT, macht da mal für WWE was. Das sind so, würde ich sagen, die drei Hauptstadien, die die Arbeit von denen ausmachen. Ins Leere produzieren und dann gucken, was passt. Auftragsarbeiten, maßgeschneidert oder Abänderungen. Seth Rollins zum Beispiel hat ja auch immer eher so Parkway Drive, Metalcore Sachen, wo er dann so rumgepokt ist bei NXT, kommt dann mit diesem gleichen Stil, aber maßgeschneidert in die WWE. Weißt du? Und das ist dann deren Tagesablauf und dafür werden die auch ein Schweinegeld kassieren. Auf jeden Fall und auch absolut zu Recht, weil also, was die da abliefern, ist großartig. Und das ist, ich verstehe aber, was du meinst. So ein bisschen wie PewDiePie, ich denke mir auch, wie konnte der jahrelang immer wieder irgendwelche Ideen für Videos, wenn du jeden Tag was machst und bei denen halt auch jeden Tag Musik produzieren, so wahllos. Es ist eine Sache, wenn du sagst, du bist Rap-Produzent, dann rotzt ich dir auch jeden Tag 20 Rap-Songs hin, aber so eine Diversität zu haben, brutal. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie die das machen. Aber deswegen sind sie halt bei der WWE. Ich meine, angestellt zu werden als die Chefkomponisten der WWE, das ist wie der oberste Kreativdirector von Apple zu sein, da kommst du nur hin, wenn du richtig, richtig die haarigsten Klöten der Welt hast. Also da musst du schon, wir reden von, mit den beiden reden wir von der Creme de la Creme de la Creme de la Goldcreme. So sieht's aus, ja, die haben's drauf und ihr Erfolg gibt ihnen ja recht. Wir haben am Anfang gesagt, dass es da verschiedene Gegensätze gibt bei Pop-Songs und bei WWE-Theme-Songs und dass das nicht über einen Kamm zu scheren ist, aber C4s schafft es, WWE-Theme-Songs fast zu Songs zu machen, die Leute genau wie Pop-Songs oder Chart-Songs in ihrer Spotify-Playlist haben, die auf Spotify auch mega abgehen, die auf iTunes mega abgehen und das ist ja richtig, richtig heftig. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber zum Beispiel der Song von AJ Styles ist durch die Decke gegangen auf iTunes, genauso Nakamura und das ist halt richtig, richtig crazy, dass da auch über die WWE hinaus, also über dieses reine, hey, da mit diesem Song kommt der Typ raus, dass so ein Erfolg besteht und dass vor allem da noch Wrestling-Fans sagen, ja, geil, den Song, den zieh ich mir auch mal auf mein Handy und den lade ich in meine Spotify-Playlist rein, aber ich kenne tatsächlich auch Leute aus meinem Umfeld, die einfach den AJ Styles Theme-Song hören oder ab und zu mal den Brock Lesnar hören, wenn sie aggro sind, obwohl die überhaupt kein Wrestling gucken. Ja, aber denkt dran, dass Hulk Hogan mit I Am A Real American hatte sein eigenes Musikvideo damals und das war in den 80ern oder so oder 70ern, keine Ahnung, also die haben es halt geschafft, das was damals diese Klamottenmarke, ich habe den Namen vergessen, der Tattoos als Klamotten verkauft hat, was mal so der Trend war, ich habe die Namen, Ed Hardy, Entschuldigung, genau, und nichts anderes machen, machen CFO, die schaffen es einfach, das in den Alltag einzubauen, casual zu machen und das ist einfach so clever geworden, dass aus einem, ich habe einer der ersten Theme-Songs, die ich in meiner Freizeit so unterwegs gepumpt habe, war der erste Intrance-Song von Seamus. Ah, okay. So, ich habe den Namen vergessen, it's a shameful thing, und da habe ich das auch gemerkt oder von Edge oder von CM Punk, das sind so, das macht es dann halt aus und das hat die WWE natürlich auch erkannt und heute in der Zeit von Spotify, das gab es ja damals gar nicht, vor 15 Jahren, weißt du, von Goldberg, das kannst du dir nicht anhören, also da musst du schon einen harten Komplex haben und dich jetzt für einen Superman halten, wenn du mit der Goldberg-Musik auf den Ohren durch die Stadt gehst und wahrscheinlich durch jede Rauchwolke, die die Stadt irgendwie macht, durchgehst und glaubst, du wärst so ein Superstar, so. Aber heute ist es halt mehr Casual-Style und zu Recht. Wobei, ich gebe zu, ich habe auch einen Schatten, also kein Witz, ich habe das Seth Rollins-Intro, habe ich, da höre ich eine Dauerschleife. Das geht dreieinhalb Minuten lang und das besteht immer nur aus dem gleichen und das ist ja so ein Loop, so ein Endlosschleife. Ja. Und ein Part geht vielleicht nur 45 Sekunden, eine Minute. Und das höre ich in Endlosschleife. Ich gebe hier ein auf YouTube Seth Rollins Theme One Hour, so. Und da gibt es echt, natürlich gibt es da Videos, so, okay, der macht einfach den zwei Stunden Seth Rollins-Musik Upload, gönnt er sich. Aber auch bei AJ Styles zum Beispiel, da gibt es also mehr Leute wie dich, die da anscheinend das im Loop hören. Crazy Stuff. Das ist ja aber jetzt auch die letzte, oder ja, eine der, doch die letzte Frage, die ich für den Podcast jetzt hier habe. Ähm, wieso sind denn die Songs bei WWE auch von C4 so repetitiv? Also, die, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir, welchen Song ich mega gefeiert habe, ist der von, von Cassius Ono bei NXT, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber den fand ich zum Beispiel mega geil und habe mir den in Spotify reingeladen und das ist immer schwierig, wenn du Spotify sagen willst, aber eine Website heißt, die Spotify heißt und dich dann so ein bisschen verplapperst. Ähm, so, ähm, ganz genau. habe ich mir reingeladen in meine Musikliste und habe den dann gehört und der geht fünf Minuten lang, aber diese fünf Minuten lang sind quasi eigentlich nur zwei Minuten lang und dann pure Wiederholung. Also, die haben meistens nur eine Strophe, eine einzige Strophe bei, bei den, bei den Theme Songs, die wir bei WWE haben und die wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich ähm, und auch als ich zum Beispiel bei WrestleMania live war, war ich dann auch bei Raw und Smackdown danach und bei, bei Raw ist es ja dann immer so, du hast diese Pausen und, äh, wo dann Werbung eingespielt wird und während dieser Werbung, wenn da, oder wenn, wenn vor der Werbung irgendwie jemand rauskommt und, äh, dieser Influence noch gezeigt wird und die dann in die Werbung gehen, äh, zum Beispiel bei Naya Jaxx war das so, Naya Jaxx kommt noch on TV raus und macht diesen Einzug und dann gehen sie in die Werbung und dann läuft die ganze Werbezeit live dieser Song durch und dann kommt 500 Mal I'm not like most girls und irgendwann hast du einen Schaden, weil du denkst, Junge, könnt ihr mal bitte was anderes oder zumindest irgendwie noch eine zusätzliche Strophe da erfinden, weil das ist, das ist zu repetitiv ähm, und dann, wenn es aus der Werbung rausgeht, dann, äh, ne, weiß Bescheid, aber, also dann, dann kommt der nächste Einzug und die Gegnerin, aber das läuft halt die ganze Zeit durch, deswegen frage ich mich, wieso so wiederholend? Das ist, du hast dir die Antwort gerade selber gegeben, weil es geht nicht um den, der drinnen sitzt, sondern um den Zuschauer im Fernsehen. Du musst immer wieder einsteigen können. Der, ähm, der Song muss dem Wrestler die Möglichkeit geben, ob bei einer normalen Hausshow, z.B. wenn du in Irland eine Hausshow hast, dann ist die Arena deutlich kleiner, dementsprechend ist der Entrance kleiner und NXT-artiger. Bei der WWE hast du so eine Mid-Range Entrance, diese typischen, was sind das, 20 Meter, keine Ahnung, und dann hast du einfach mal eine WrestleMania, wo du einen halben Kilometer eine Stage runterläufst und der Wrestler musste die Chance haben, wie z.B. Seth Rollins, bestes Beispiel. Seth Rollins kommt raus, überbrückt ein bisschen Zeit, geht linke Seite, rechte Seite, macht dieses, seid ihr alle da und macht dann bei dem Breakdown die Hände hoch, haut sich zweimal auf die Brust und geht zum Einsatz rein. So, dann läuft er die Stage runter und dann kommt der Moment, wenn er auf dem Eckseil die Arme auseinander macht. So, das heißt, du hast zwei Ankerpunkte, an denen der Beat brechen muss, damit er seinen Signature-Move machen kann. Und das geht nur, indem sich das wiederholt. Und wenn es dann in die Werbung geht, muss es ja durchlaufen und du als Zuschauer willst nach der Werbung genau da abgeholt werden, weil die Werbung, die stört, die nervt. Und was die WWE versucht ist, dich die Werbung vergessen zu lassen, indem du am gleichen Punkt wieder reinkommst. Deswegen sind die repetitiv. Für den Wrestler und für den Zuschauer gemacht. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Wir sind fast am Ende dieses Podcasts. Ich muss ganz kurz, eine letzte Sache und zwar, auf wen ich gar nicht angesprochen habe, ein allerletzter und zwar Samoa Joe. Eins der geilsten Intros. Samoa Joe, dem sie einfach dieses King Kong-artige, das erinnert so übertrieben an einen King Kong-Film. Weißt du, mit diesem Düm, 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 Düm. Das ist für mich einer der größten Geniestreiche der letzten Jahre. Das Samoa Joe-Intro und die Fans immer Joe, Joe, Joe. Wirklich. das ist Faustauge. Perfekt. Dann lass uns doch, lass uns kurz noch einen letzten Abschluss für diesen Talk machen. Ich gebe dir ein paar Theme-Song-Namen beziehungsweise Superstar-Namen aus dem aktuellen Kader und ich weiß jetzt nicht, ob du zu jedem den Song kennst. Wenn du den Song kennst, dann kannst du eine kurze Analyse machen, kannst kurz sagen, was du davon hältst. So, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden, dann gehen wir weiter. Wir fangen an mit The New Day. It's The New Day. Yes, it is. New Day, clever gemacht, weil der Song ist komplett sinnlos, der ist ganz minimalistisch und lässt die Truppe viel reden. Der Anfang, das Gerede von Big E ist ja das Entscheidende. Kann ich nichts zu sagen, weil es ist ehrlich nur so eine wir lassen die Hüften kreisen Feeling-Musik. Für mich ist es kein richtiger Theme-Song, sondern eher eine Hintergrundmusik. Braun Strowman. Geile Sache. Aber das liegt auch nur, weil es dieser bösartige Metal ist mit diesem, das Schlagzeug ist so krass. Und zwar benutzen die in dem Theme-Song, wird die Gitarre mit nur einer Seite angeschlagen und das hast du normalerweise in so hartem Metal wie Amon Amat. Das sind so eher so die Death-Metal-Richtung. Finde ich geil. Es unterstreicht einfach sein Aussehen, die Bösartigkeit, dass sie das schon so richtig auf Metal getrimmt haben. Ideal. Super geil. Bray Wyatt. Tut mir leid. Langweilig. Es ist langweilig, Entrance zu lang, langweilig. Sorry. Ich finde dieses wir sind Hillbillies und mit unseren Glühwürmchen und so weiter kann, nee, für mich zu langweilig. Chris Jericho. Legende. Ich mag es nicht. Also rein vom Musikalischen her ist es nicht mein Stil, aber hart Legende. Break the walls down. Daniel Bryan. Clever. Dass er aus dem Klassikbereich was bekommt. Ja, Bombe. Also, das ist ja diese Sturmmusik. Ich weiß nicht, wie das richtig heißt. Das ist so eine Sturm auf die Normandie. Es gibt da die Herkunft von dem Lied. Ist aus der Klassik irgendwo. Es ist ganz bekannt und ich weiß den Namen nicht. Warum er das bekommen hat, weiß ich nicht. Aber feiere ich mega. Jinder Mahal. Kacke. Sorry. Jinder Mahal kann ich ja feiern, diesen indischen Rap. Ich finde es geil, wenn Inder versuchen, Englisch zu sprechen. Hier versuchen sie nicht Englisch zu sprechen, sondern hier haben sie diesen bösartigen Rap raus. Aber ich finde die indische Sprache an sich vom Feeling einfach mega geil. Deswegen kann ich den feiern. Wie sieht es bei dir mit John Cena aus? Wenn du schon sagst, John Cena, das Theme von ihm ist der Inbegriff des repetitiven Selbstmord-Intros. Es ist kein Intro, ist so legendär, so groß, aber es ist halt wirklich Ende. Es hat nicht mal zwei Takte, es ist ein Takt. Also noch nicht mal. Ein Takt hat eigentlich vier Zählzeiten, das ist eine Zählzeit. Dö, 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 Punkt. Und die wird viermal wiederholt, ergibt einen Takt, wird viermal wiederholt, es ist dö, 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 Ende. Und das zehn Minuten lang, bis der im Ring ist. Gott sei Dank läuft der. Es ist schlimm. Vor allem übrigens, ganz kurz, ihr wisst nämlich, alle Zuschauer wissen, John Cena läuft zwar am Anfang, das Problem ist nur, dass sein Signature-Move, in dem er die Hände hochmacht und die drei zeigt, ab einem Break im Song kommt. Allerdings kommt der erst nach locker zwei, drei Minuten, das heißt, der geht im Ring so lange auf und ab, zu diesem dö, 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 bis dieser Moment kommt. Aber legendär, ich liebe das, wirklich. Page. Geil. Geil. Punkt. Ende. Geil. Nächstes. Raven Serio. Geil. Aber da kommt es drauf an, das jetzige, was er hat, finde ich mega geil, schlecht fand ich dieses who jump up and up the sky. das fand ich nicht gut, aber das jetzige, dieses Booyaka, Booyaka, das ist so, das ist richtig Bäm, so das feiere ich total. Jetzt wird es interessant, Ronda Rousey, das ist ja sehr, sehr kontrovers. Ja, scheiße aus dem Grund, weil es ist ein Remake oder ein Cover, by the Reputation, das ist ja kein, ist ja kein Original-Song, den gibt es ja bereits. Und das passt überhaupt nicht. Und das Problem ist, dadurch, dass sie an Rowdy Roddy Piper vom Style angelehnt ist, ja, haben sie extra etwas genommen, das so British, Sex Pistols, Anti-Autoritär, so diese Art, so Britain, so, und es passt überhaupt nicht. Es ist langweilig, es passt nicht, nein. Also das ist, finde ich, ein Riesen-Fail. Triple H. Geil. Triple H macht sich's leicht, er lässt sich von, äh, Moderhead einfach alles komponieren oder nimmt fertige Sachen von Moderhead, passt. Besser geht's nicht. Und jetzt natürlich der ikonischste Theme-Song aller Zeiten, in meinen Augen, der Undertaker. Ähm, ja, legendär, aber jetzt nach 25, 26 Jahren repetitativ so reicht. Also, ja, es ist ikonisch, keine Frage. Aber ich kann's auch jetzt, ich könnte jetzt nicht in jeder Smackdown-Folge das mir reinziehen. Übrigens, kurzen Respekt bitte an das Intro von Charlotte. Nämlich, das eigene, das Intro ihres Vaters nur in etwas Techno-lastiger aufgemotzt. Geniale Sache. Super. Mega. Mega. Dann sind wir durch. Geil. Sorry, dass ich den Rahmen gesprengt habe. Ich liebe das Thema. Ist wahrscheinlich ein etwas sehr langer Podcast. Kein Ding. Nee, dann machen wir einen Zweiteiler draus, habe ich gerade beschlossen. So wird es Vince McMahon auch machen. Ja. Vince weiß Bescheid. Wir werden nächste Woche über Vince reden, denn der Lev wird nochmal mit am Start sein. Nächste Woche, wenn wir über das Marketing von WWE reden. Ihr habt gemerkt, hat mega viel Ahnung von Musik, aber er hat auch Ahnung von Marketing und das geht natürlich bei ihm so ein bisschen Hand in Hand auch, aber mehr dazu dann nächste Woche. Wir werden über verschiedenste Themen reden, was in der Vermarktung bei WWE eine Rolle spielt, wie das auch in Bezug auf die Superstars aussieht, wie so Roman Reigns an der Spitze war und das absolut zu Recht. Jetzt, wenn es kontrovers ist, noch viel, viel mehr. Schaltet da gerne ein und danke dir, Lev, hast du noch versucht zu werden. Nee, danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht und sorry, dass ich das manchmal so rausziehe, aber das ist voll mein Thema. Was? Wo finden wir dich online? Wo checken wir dich aus? Ach so, ja, auf SmoothTube, also einfach SmoothTube, S-M-O-O-T-U-B-E, am leichtesten zu finden, wenn ihr einfach auf jeder Spotify-Folge unten in der Infobox, da seht ihr dann, als Sprecher bin ich aufgeführt und da dann alle Social Media etc. können ihr mich finden, wenn ihr Bock habt und ansonsten, ja, immer wieder Sprecher für Spotfight und hoffentlich irgendwann nochmal Kommentator in der WWE. Dream Big, ganz genau so sieht es aus. Dankeschön, Leute, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, haute rein und ciao. Das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Episode der Wrestling Topic Talks. Auf Patreon gibt es das jede Woche, und außerdem gibt es da mittlerweile unzählige Exklusiv-Podcasts zum Nachhören. Checkt das also unbedingt ab, da haben beide Seiten was davon. Ihr könnt meine Arbeit unterstützen und zum Erhalt des Podcasts beitragen und kriegt obendrauf Premium-Podcasts mit Experten geliefert, die sonst niemand hört, außer der Unterstützerkreis. Schaut da also rein, bis gleich auf Patreon, dann geht die Podcast-Ladung erst so richtig los, auch mit dem Raw vs. Smackdown-Extra-Teil und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viel geboten. Ich verabschiede mich jetzt und sage, Klick in die Beschreibung. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.